Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Infovideo. Wie es der ein oder andere vielleicht gemerkt hat, ist gestern gar kein Part von Let's Play Legend of Zelda Skyward Sword gekommen. Das hat einen ganz, ganz gewissen Grund, der nicht ganz so schön ist, sagen wir es mal so. Ähm, denn ich habe, so wie es halbjährlich üblich ist, mal wieder Prüfungszeit vor mir. Jetzt habe ich mich also hingesetzt und habe mal geguckt, was hast du aufgenommen und wie viel und wie lange reicht das? Und, ähm, nach einigen Hin- und Herrechnen bin ich darauf gekommen, dass ich, wenn ich ab sofort nur alle zwei Tage ein Video veröffentliche von, ähm, Zelda Skyward Sword, dass ich dann fast genau bis zu der Woche hinkomme, wieder, wo ich wieder aufnehmen kann. Ähm, das heißt dann im Endeffekt halt, ja, ich habe mich da hingesetzt und überlegt, was ich da jetzt mache, ob ich das jetzt wirklich mache. Ähm, aber ja, ich mache es wirklich. Zelda wird nur noch alle zwei Tage kommen. Das schon mal als direkter Paukenschlag, wobei das jetzt nicht so der größte Paukenschlag ist. Ähm, bis Part 84 ist aufgesucht. Und das wird irgendwo so, weiß ich gar nicht, Ende Juli, Anfang August müsste das irgendwo sein. Und, ähm, ja, im Endeffekt, hm, leider, äh, gefällt mir selber nicht so, aber kann man nichts machen. Ähm, ich habe halt einfach nicht mehr Parts und ich muss halt verdammt viel lernen auf meiner Prüfung und alles, dass da nichts schief geht. Ich habe aber vom 8. bis, beziehungsweise vom, 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 vom 6. bis 14. August, das ist ein Samstag bis zum Sonntag die Woche drauf, habe ich absolut sturmfrei und Urlaub und meine Ruhe und kann da ganz, ganz viel aufnehmen. Ähm, bis dahin muss ich im Endeffekt durchhalten, weil dann kann ich wirklich, da wird dann rausgeballert, was geht. Ähm, wahrscheinlich kaufe ich mir bis dahin auch nochmal eine externe USB-3-Festplatte mit weiß ich nicht wie viel Terabyte. Ähm, bloß, dass ich Zelda wirklich nochmal raushauen kann wie Sau. Also, beziehungsweise, das heißt, Zelda, wenn ich da so viel aufnehme, dann werde ich da vermutlich fertig mit dem Let's Play. Hm, na, könnte noch ein bisschen dauern, weiß ich ja nicht. Ähm, jedenfalls, ähm, in der Woche werde ich sehr viel aufnehmen und spätestens in der Woche werde ich auch wieder etwas mehr Need for Speed undercover aufnehmen, womit wir schon beim zweiten Projekt wären. NFS habe ich leider, wollte ich die Woche aufnehmen, habe ich leider nicht einen Part geschafft. Begründung, ich bin früh aufgestanden, bin ins Studium gegangen, war um eine aus dem Studium raus, bin ich nach Hause gegangen, wie das normale Menschen machen. Nein, ich bin arbeiten gegangen, wie ich es eigentlich nicht vorhatte. Und, ähm, so wie ich es vorhatte, vier Stunden einmal an einem einzigen Tag, die Woche so, ähm, das hat fast funktioniert. Es waren, ja, ja, Pi mal Daumen, hm, ja, es waren so acht Stunden pro Tag, also jeden Tag, ja. Nee, acht Stunden waren es nicht, aber sechs. Und, ähm, im Endeffekt bin ich dann irgendwann heimgekommen um, keine Ahnung, halb neun oder so und Zeit war halt einfach überhaupt nicht vorhanden für mich. Ähm, ist ein bisschen ärgerlich, weil ich eigentlich mal wieder ein Part Need for Speed aufnehmen wollte. Ich werde es jetzt in nächster Zeit so handhaben, dass ich halt einfach sporadisch immer mal einen Part aufnehme, je nachdem, wie ich halt gerade Zeit habe. Ähm, im Endeffekt jetzt, das kann sein, dass das jetzt die nächste Woche jeden Tag, naja, jeden Tag nicht, aber, dass jetzt die nächste Woche immer mal wieder einer kommt. Das kann aber auch sein, dass es mir einfach nicht gelingt, ja. Ja, das ist halt zeitmäßig im Moment schwierig einzuschätzen, weil ich, weil ich auf der Arbeit auch gerade in ein kleines Problem gelaufen bin. Und das muss ich lösen, das frisst total viel Zeit weg. Deswegen bin ich, wie gesagt, ey, ich bin eigentlich sechs Uhr stehe ich auf, ja, spätestens, weiß ich nicht, spätestens sieben Uhr bin ich aus meinem Haus raus. Und, äh, ja, dann über zwölf Stunden später komme ich, wenn ich Glück habe, wieder heim, so nach dem Motto. Das ist ein bisschen ärgerlich und, ähm, ärgert mich am allermeisten. Aber wie gesagt, ich werde gucken, dass sporadisch immer mal wieder ein Part kommt, weil ich meine, der letzte Part ist ja schon ein bisschen her, glaube ich. Moment, ich gucke gerade mal. Äh, 27. Eine erneut dritte Folge, aber ohne Ragequid, genau. Ja, die kam am 11. Mai, ach, dann ist das ja gerade mal einen Monat her, ach, super. Dann kann ja sporadisch immer mal wieder eine kommen und das ist noch gar nicht so lange her, ey. Ne, das ist natürlich überhaupt nicht mein Anspruch. Ich kann's aber leider echt nicht ändern, das ärgert mich. Dann wird der ein oder andere gemerkt haben, dass mittlerweile ein Pokémon Let's Play noch auf dem Channel hier gestartet ist. Ähm, ja, da nehmen wir eh auf und veröffentlichen, wie uns so gerade die Lust befällt, ja. Also, äh, ja, da kommt auch sporadisch ein Part. Das wird auch niemals in einem Plan ablaufen, was auch total schwer für uns umzusetzen wäre, eben weil, ja, weil wir drei Leute sind. Und jeder von uns drei hat ein komplett eigenes Leben mit komplett anderen Zeiten. Also, ich hab keine Zeit, aber, ähm, die anderen beiden. Und, äh, im Endeffekt, äh, wir gucken halt, wann da Zeit ist und entsprechend kommen auch immer die Parts. Entschuldigung, ähm, wie gesagt, unten eben in der Beschreibung von dieser, ja, von jeder Feuerrot-Folge findet man die Playlist. Ähm, beziehungsweise auf meinem Channel ist auch nochmal die Playlist unter laufende Projekte verlinkt und unter alte Projekte. Ähm, da kommen alle Videos rein. Also, auch die vom Nacho und vom Patsian. Ähm, Patsian macht immer alle... Also, also, Patsian macht Let's Play drei und sechs und neun und so weiter immer plus drei, ne? Und, ähm, der Nacho, der macht dann entsprechend vier und sieben und zehn und dreizehn und so weiter auch immer plus drei. Und ich mach halt dann entsprechend zwei, fünf, acht und so weiter. Ja, und, ähm, wir wechseln uns da immer ab. Heute kommt auch beim Patsian schon das Video. Ich weiß nicht genau, wann er es veröffentlichen wird, aber er wird es veröffentlichen. Ich werd's dann natürlich heute Abend allerspätestens in die Playlist reinpacken, wenn er es halt veröffentlicht hat. Ähm, so dass man theoretisch dann auch immer schön durchschauen kann. Sollte, denke ich, kein Problem sein. Wird sicherlich sehr gut funktionieren. Ich freu mich auf jeden Fall schon. Jetzt ist dieses Infovideo zu meiner Zeit, wie ich in nächster Zeit Zeit habe und wie die Pats kommen, bereits fast sieben Minuten lang. Daher würde ich mal sagen, falls es euch gefallen hat, auch wenn die Infos jetzt nicht so schön waren, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Wir sehen uns wieder im nächsten Infovideo oder, äh, äh, im nächsten Infovideo oder in einem Let's Play. Bis dahin, Servus. 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 Servus.